Und hier geht es weiter mit Brisant und auch uns beschäftigt die Amok-Fahrt von Trier. Wir sprechen mit Angehörigen jetzt in der Sendung. Es war am 1. Dezember, da tötet ein Autofahrer in Trier in der Fußgängerzone 5 Menschen. Darunter ist ein 9 Wochen altes Baby, 14 weitere Menschen werden schwer verletzt. Erst fuhr er mit dem Auto durch die Fußgängerzone, dann, so wird es berichtet, soll er sich eine Zigarette angezündet haben und sich widerstandslos festgenommen haben. Ist dieser Mann schuldfähig? Das ist die große Frage. Bis heute ist diese Tat wie ein Trauma für die Betroffenen von damals und ihre Angehörigen. Wir haben mit ihnen gesprochen. Einen neuen Vorstoß gibt es in Nordrhein-Westfalen. Da müssen schulpflichtige Kinder jetzt keinen Testnachweis mehr vorzeigen. Was das mit dem Schülerausweis zu tun hat, das verraten wir ihnen online. Gucken Sie gern auf brisant.de. Vor mehr als zwei Wochen, da haben wir hier gebankt, wirklich jeden Tag mit den Menschen in Griechenland und auch der Türkei, wie es weitergeht mit den schweren Feuern. Es gab laute Kritik, weil nicht genügend Hilfe da war. Die kam dann tatsächlich. Und es wurde ein wenig ruhiger. Und wir hätten ihnen gern heute erzählt, dass es vorbei ist. Aber nun sind neue Feuer da und es gibt wieder Menschen, die um ihr Hab und Gut zittern. Und nicht nur in Griechenland. Hallo zu Rasant Prominent. Und Heilo in diesem Fall, der ist mal wieder seine eigene schärfste Konkurrenz und zeigt der Welt, dass man ihn eben nicht unterschätzen darf. Bloß nie in eine Schublade stecken. Was hat der schon alles gemacht? Schlager gesungen, Volksmusik. Dann hat er gesagt, nee, also jetzt bin ich auf jeden Fall Rocker, ein harter Typ. Dann hat er mit Heavy Metal Bands gesungen. Aber Heilo macht eben nicht nur alles, was laut ist, sondern vor allem sein Ding. Und sein neuestes Feld ist jetzt die Klassik. Und das ist etwas so Besonderes, da kam sogar ein guter Freund zum Gratulieren vorbei. Dass Heilo mal jemand die Show stehlen kann, das schafft nur Dieter Haller von. So, wir machen noch ein bisschen weiter mit Musik. David Bowie war, als er noch lebte, ihr ganz großer Fan. Es geht jetzt um die Sängerin Lord. Das war ihr großer Hit. Wir machen kurz Erinnerungskino und hören rein. Auch Politikern gratulieren wir hier schon mal zum Geburtstag. Vor allem, wenn sie sich so hervortun, wie Bill Clinton das getan hat. Ja, ihn mochten viele. Auch wenn der ehemalige US-Präsident heute eher seinen Ruhestand genießt, Saxophon spielt, joggt und auch mal Bücher gern liest, so war er doch über die Jahre einer, der uns hier sehr viel Gesprächsstoff geboten hat. Heute wird er 75. Popsängerin Madonna hatte auch Geburtstag. Und die hat jetzt in einem schicken Video verraten, ach, tja, so kann man feiern. Und weitere Stars haben wir jetzt. Und das hier hinter mir ist Marc Keller mit seinen Jungs. Und bei dem Talent in dieser Familie wundern wir uns wirklich nicht, dass hier noch mal einer rauszieht und in Papas berühmte Fußstapfen tritt. Denn die sind nicht viele Fans. Und mit dabei ist immer sein Sohn Aaron. Und der macht jetzt plötzlich Solo sein Ding und macht Musik. Glückwunsch. Läuft doch in der Familie. Soll er mal gegen mich spielen, dann geht es ihm besser. So, kleiner Ausblick haben wir jetzt schon auf morgen. Aber das machen wir eben erst morgen in der Sendung. Das also schon mal kleiner Blick auf morgen. Wir wünschen Ihnen jetzt einen guten Abend. Morgen begrüßt Sie hier in der Sendung Camilla. Und von mir jetzt einen schönen Abend. Los geht es natürlich wie immer. 17.15 Uhr. Bis dahin. Tschüss. ZwolleinАte Bis zum nächsten Mal.